kpop koreanisch herzlich willkommen annyeonghaseyo wir haben richtig frühling nicht also es ist so warm und schön draußen leider können wir aber noch nicht so viel im freien unternehmen das bedauere ich sehr ja da hast du recht aber wir haben ja wenigstens noch die musik musik hilft immer in verschiedenen situationen daher will ich auch gleich das lied nennen dass wir in dieser wache näher vorstellen wollen es ist der titel lose von wano also wano der solosänger er war ja eigentlich ein monster ex mitglied und hat 2015 debütiert vier jahre später trat er aus der gruppe aus er war in der gruppe der frontsänger und hat auch bei der produktion der lieder mitgewirkt genau daher konnte er auch bald als solosänger fuß fassen sein erstes solo mini album kam im september 2020 auf den markt also etwa ein jahr nach seinem austritt aus der gruppe genau und vor etwa einem monat genauer am 26 februar kam er dann kam dann ein weiteres werk in dem das lied lose enthalten ist das erfreut sich derzeit internationaler beliebtheit ja dann will ich nicht länger zögern hier kommt eine repräsentative stelle aus dem lied dieser moment in dem ich vermisse er hat eine tolle stimme ja daher sind seine fans auch so begeistert vom neuen werk und zwar vor allem seine internationalen fans das kann man auch an den internationalen charts erkennen ja aber bevor wir näher auf das lied und den interpreten eingehen wollen wir noch das lied zeile für zeile mit der deutschen übersetzung vorstellen als ob ich bisher noch keine person geliebt hätte als ob jemals irgendeiner es erlaubt hätte ich habe dich völlig weggewischt obwohl ich doch geglaubt hatte dass du meine letzte liebe wärst die 멋대로 끊어버린 chain 아직 묶여 있는데 du hast die kette durchtrennt obwohl ich doch immer noch daran gebunden bin 달고 찢겨 상처만 남아 차갑게 식어버린 나야 abgetragen und zerrissen nur wunden sind übriggeblieben ich bin nun auch kalt geworden 네가 그리워진 이 순간 나는 졌어 lose dieser moment in dem ich dich vermisse ich habe verloren lose als wano sein neues mini album herausgegeben hatte kam es gleich auf gute plätze der billboard world digital song sales charts daher hatte das us magazin forbes den sänger auch genauestens beleuchtet genau die zeitschrift hatte ja davor eine liste von kpop solosängern veröffentlicht die im jahr 2021 den us markt überraschen würde und darunter befindet sich eben auch dieser koreaner ja und forbes lag mit der prognose offenbar richtig denn wano schlägt sich sehr gut dann wollen wir doch zum ausdruck dieser woche kommen also 네가 그리워진 이 순간 hier kann man das verb 그리워하다 finden 그리워하다 nach jemandem sehen jemanden vermissen 그리워하다 ich sehne mich nach dir wird dann im koreanischen mit folgendem satz zum ausdruck gebracht 네가 그리워 genau 네가 그리워 ich sehne mich nach dir oder ich vermisse dich wenn ich ins ausland fahre zum beispiel dann vermisse ich kimchi am meisten also kimchi ist ja koreanisches essen und die koreaner müssen einfach kimchi essen dann sagt man kimchi 가 그리워 ich vermisse kimchi ja wie ich eben auch gesagt habe so ist es auch bei mir aber zum glück kann man kimchi nun auch im ausland bekommen ich habe gehört dass man auch in deutschen supermärkten kimchi kaufen kann das ist wirklich toll dann brauche ich kimchi nicht zu vermissen kimchi 가 그리워 ich vermisse kimchi ja wir reden ja gerade über kimchi aber was ich noch vermisse wenn ich ins ausland fahre sind die vielen beilagen oh ja also wenn man im ausland koreanische beilagen selbst also kochen und vorbereiten möchte kann es ein bisschen aufwändig werden ja genau beilagen panchan so ist das also wenn man etwas vermisst kann man dafür das verb 그리워 하다 verwenden es gibt aber auch noch 그리워 지다 es ist quasi die passivform von 그리워 하다 das subjekt bei 그리워 하다 ist eben die person die etwas vermisst was vermisst wird wird dann in zusammensetzung mit dem verb 그리워 지다 als subjekt zum ausdruck gebracht genau nochmal kimchi 가 그리워 지다 kimchi wird vermisst nach kimchi sieht man sich so nicht wahr genau jetzt können unsere zuschauerinnen und zuschauer beziehungsweise Zuhörerinnen und Zuhörer die beiden Verben 그리워 하다 und 그리워 지다 bestimmt gut auseinander also halten genau dann kommt hier noch einmal die repräsentative Stelle mit dem Ausdruck den wir dieses Mal vorgestellt haben 네가 그리워진 이 순간 네가 그리워진 이 순간 네가 그리워진 이 순간 dieser Moment in dem ich dich vermisse genau das war es dann wieder für diese Woche schreiben sie uns an german at kbs.co.kr oder hinterlassen sie Kommentare zum Video wir freuen uns auf ihre Wunschlieder und Vorschläge natürlich ja dann tschüss bis zum nächsten Mal at tschüss Untertitelung des ZDF, 2020